Musik Ja Leute, herzlich willkommen bei den Miracle Keepers und herzlich willkommen bei der Runde 3. Hallo Leute, danke fürs Reinschauen, schauen wir wie die Runde 3 ausgeht. Könnte durchaus auch ein schwieriges Match wieder werden, je nachdem wie der Druck für Sie. Es geht manchmal relativ schnell und der Gott ist eigentlich gar nicht so zu missachten. Nein, weil der Konstant eigentlich, gerade bei einem One-Drop oder Two-Drop, da kannst du gleich mal in höhere Törne sein, gleich mal 2-3 Kreaturen aus und dann schierst du ordentlich zu. Ja, bin ich gespannt. Ok, schauen wir, fangst du wieder an, oder? Jo. Ja, mal schauen. Schauen. Ja, ich kipp's. Ja. Ok. Go. Go. Nomaden aus dem Dursten. Mhm. Muss aber, da war. Dann würde ich für 2 gerne die Grenzlandmaradeurin spielen. Ok. Und du bist. Und du bist. Go. Ah, dann würde ich gerne attacken. Ok. 3. Ich kann nicht blocken. Ah, du kriegst 3 schon. Hm. Soll ich mir das gefallen lassen? Bevor ich. Also ich hab noch gehoert, ob du noch. Also du hast nix, gell? Sonst. Tu ich noch blitzen und block auf ihr. Hm. 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 Und wir haben jetzt zwei gespürt. Die gehen einen Satyrhoblitin aus. Ok. Und go. Hey, bei der Grenzlandmaradeurin musst du schon fast was rauslocken, gell? Schauen wir mal, was du hast. Gut, dann. Also die drühe runter ist ja der Dinkel des Teufels. Hört, ganz runter. Und weiß. Gut. Suche des Weges. Mhm. Go. Ich würde gern für 4 den Purpuruss-Gott spielen. Ok. Ah, go. Gebirge. Ähm. Hört liegen ganz stumm. Mhm. Trigger. Genau. Kurzzeitig auf 3-3. Bis end of time. Und gehe in Attack. Seeker. Geh auf 17. Und ich gehe wieder auf 23. Oder wieder. Ich gehe auf 23. Aha. Go. Dann würde ich gerne einen Blitzenschlag auf deinen Sieger spielen. Okay. Schleser. Ja. Und ich gehe ein leger. Ich gehe wieder auf 9. Ja. Und du Klo. Genau. Ich gehe sehr. Und du Klo. Wenn du dir das mal hin, dann ist das mal dran. Vielen Dank. 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 Okay. 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 1, 2, 3, 4 und Hopfen noch wahnsinnig gesillt und würde gern das noch zerstören. 2, 1 für mich. War sehr spannend bis zum Schluss, das ist deine. Mir hat leider ein bisschen zu viel Abend noch zu haben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich die Kurven trage. Ich auch nicht, ganz ehrlich gesagt. Leider nicht so gut für mich, aber macht nichts. War ein sehr spannendes und lustiges Match im Endeffekt. Auf jeden Fall. Eins von den spannendsten jetzt seit langem wieder einmal. So ist es. Ja. Ok, schaut wieder rein beim nächsten Mal. Es gibt sicher wieder ein Gently Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst uns da und wir würden uns über Abonnenten freuen. Genau. Kommentare, Däumchen. Wir nehmen alles. Wir empfehlen uns auf alle Fälle weiter. Genau so ist es. Ok. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.